Willkommen im Nettles Pet Shop! Pet Shop! Na, hallo Tiere! Ihr seid nicht länger in der Menschenwelt. Ihr besucht heute eine Welt ganz für euch allein. Ob ihr nun rennt, schwimmt, fliegt oder buddeln vorwärts kommt. Es gibt so viel zu tun in der wundervollen Welt von Hot Cat! Wahnsinn! Das Video ist mega krass veraltet, Mr. Jett. Du brauchst ein neues mit Persönlichkeit und mit Pfiff! Und vielleicht noch Jazzflossen! Mein Besitzer in der Menschenwelt schaut sich echt viele Reisesendungen an. Und ich denke, ich sollte hier meine eigene Show haben. Speziell nur für Tiere. Nun ja, Beffe, das ist... Ich könnte allen Portacke zeigen. Und ich hab auch schon probiert, wie ich sprechen will. Hallo! Und willkommen in... Beffe? Portacke! Die Welt der unglaublichen Plätze! Mit Sehenswürdigkeiten, mächtigen Bergen und... Beffe! Gut, dann mach ein neues Video. Mega genial! Danke, Mr. Jett! Okay, folgende Sachen brauch ich dann. Eine Digitalkamera, sehr gerne wasserdicht. Einen Selfie-Stick. Eine Filmstützsoftware. Eine Steadicam. Ein Haar- und Make-up-Team. Einen Vocal-Coach. Eine Limo und ein bisschen Romana-Salat. In Blättern. Nicht geschnitten. Kannst du haben. Toll! Damit kann ich was anfangen. Oh! Hallo! Ich hab euch gar nicht gesehen. Willkommen in Port Huckett. Einem einzigen Paradies für Tiere. Ich bin Beth. Und ich zeige euch jetzt all die coolen Dinge, die dieser Ort zu bieten hat. Mit der Hilfe meines Kameraaffen Klicks. Sag Hallo, Klicks! So, wir machen nun eine Tour durch den Liddlest Pet Shop. Kommt mal mit mir mit. Und staunt. Oh, oh! Hallo zurück! Der Liddlest Pet Shop ist der große Treffpunkt für alle Tiere von Port Huckett. Ob ihr euch zum Beispiel gerne zusammen einkuschelt und schnurrt? Einkauft? Ich würde das Rote nehmen. Oder Zeit mit euren Freunden verbringt. Ja, Zeit verbringt mit Freunden. Äh, besten Freunden. So viel besser als das alte Video, was? Ähm, nun ja, Beth, ich... Ich meine, es braucht noch etwas Bearbeitung und möglicherweise mehr Filter. Und es gibt noch so viele schöne andere Plätze in Port Huckett. Das Kreuzfahrtschiff, den Tierfrisiersalon... Beth! Ich liebe es. Du kannst mehr drehen. Wirklich? Komm, Klicks, wir haben noch so viel zu tun. Und... Und... Nett! ... BR 2018